Denn ihr müsst auf jeden Fall alle wählen gehen, das ist sehr wichtig. Willkommen zu MagPixel. Ja, es ist mal wieder Zeit für eine schnelle Runde MagPixel. Wir sind hier im Chapter 2 im Fahrstuhl und Etage 1 bzw. 3 ist das ja, haben wir schon zu 100% geschafft. Etage 2 haben wir ja schon durchgespielt, aber noch nicht 100% und Etage 3 müssen wir noch machen. Das heißt, wir versuchen erstmal 100% bei Etage 2. Ach genau, das war die komische Welt. Baby Boom! Oh ja, Find All Gags, genau. Das heißt jetzt einfach nur rumklicken. Ach ja, das wird schön entspannt. Einfach nur alle Möglichkeiten rausfinden. Was haben wir denn hier noch? Das haben wir bestimmt noch nicht gemacht. Jetzt haben wir ein verbranntes Hühnchen. Ja, ich tue, ich muss einfach nochmal so eine entspannte Runde mit MagPixel. Ich finde MagPixel ist immer so schön entspannend, weil man hier einfach immer nur klicken muss. Was können wir dann mal machen? Können wir hier was machen? Nein. Ich weiß gar nicht mehr, was uns hier fehlt. Ich bin mir gar nicht sicher. Na gut, auf jeden Fall ist heute Sonntag und Oh, morgen wieder arbeiten. Habe ich gerade nicht so die Lust zu. So, dann treten wir mal ordentlich den hier auf. Ja, da hat er sich hier im Mund. Gab es noch keine Möglichkeiten? Na gut. Ja, und heute ist Sonntag. Heute war Ach, das hatten wir schon. Bundestagswahl bin ich natürlich wählen gegangen. Wer von euch auch wählen war, könnt ihr mir ja mal Bescheid sagen. Denn ihr müsst auf jeden Fall alle wählen gehen. Das ist sehr wichtig. Ja, da war es die Bombe. Achso, hatten wir auch schon. Na gut. Und dann habe ich heute Oh mein Gott, wir haben heute zu viert Diablo 3 auf der Placeit. Das ist ja jetzt gerade rausgekommen. Neu. Haben wir ordentlich weit gezockt den ganzen Tag. Ey, das bringt echt Bock. Also zu viert muss ich sagen, bringt das echt Spaß. Ja. Und dann haben wir uns alle so ein bisschen getrollt. Können wir ihn vielleicht abschießen? Na, das hatten wir doch auch schon. Was fehlt denn da noch? Ich bin mir nicht sicher. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Wir nehmen ihn und spritzen ihn erstmal. Ja gut, das hatten wir auch schon. Die LSD-Giraffe. Okay. So. Aber das Schöne ist, eigentlich freue ich mich doch auf Montag, denn... Ja, da haben wir die Bombe. Ähm, Montag eine Woche arbeiten und dann habe ich eine Woche Urlaub und da ist dann ja auch der... Ich habe dann eine Woche Urlaub mit vier Urlaubstagen. Das ist cool, weil der hat ja der... Zack, auf... Weil der ja der 3. Oktober ist, ist ja Feiertag, muss ich nur vier Urlaubstage nehmen. In der Herzen habe ich leider keinen Urlaub. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Haben wir ihn schon so angeklickt? Oh, da haben wir gefressen. Wir haben ja noch nichts geschafft. Doch, jetzt... Oh, jetzt haben wir es geschafft. So. Das hatten wir doch auch schon. Was fehlt denn da noch? Mensch, sag mal. Ich weiß es gerade nicht. Hier wisst ihr es wahrscheinlich wieder. Ähm. Ah, den Bauch streicheln. Yo, yo, Alter, was macht der da? Das ist leicht ekelhaft. What the fuck? Aber das war die Lösung. Sehr gut. So. Was können wir hier noch? Wir nehmen die Pflanze und geben sie ihm. Und das war's sogar. Jawohl. Vielleicht schaffen wir sogar Bonus-Level jetzt. Ähm. den Fernseher raus. Zack. Ist er im Fernseher. Ja, wunderschön. Wunderschön, würde ich mal sagen. Das war's leider nicht. Schade. Okay, lasst uns überlegen. Das hatten wir noch nicht gemacht. Richtig. Ja, Bonus-Runde. Jawohl. Okay. Was kommt Schönes? Jo, das war's nicht. Gut, jetzt lasst uns mal überlegen. Das müssten wir eigentlich schon gehabt haben. Einfach die Tür aufmachen? Nein, tatsächlich nicht. Ja, wunderbar. 1 Minute 54 haben wir dafür insgesamt gebraucht. Ich würde sagen... Dann, ähm... Ja, sehen wir uns... Ähm... In der nächsten Folge wieder. Mal sehen, was uns da erwartet. Im letzten Level. Und da kommt noch das Bonus-Level. Schauen wir mal. Okay, macht's gut. Ciao.